BMW steigt ganz groß in den Wintersport ein und ist offizieller Sponsor zahlreicher Wintersport-Events. Sportmoderator Markus Othmar war exklusiv für BMW TV beim City Skilanglauf-Weltcup in Düsseldorf vor Ort. Hallo, ich bin Markus Othmar und ich freue mich drauf, Sie heute mal hinter die Kulissen des Skilanglauf-Weltcups hier in Düsseldorf zu führen. Das ist der Bundestrainer Jochen Behle und der ist, glaube ich, richtig fasziniert von Düsseldorf. Ein Rennen in einer Großstadt, das ist genau das, was der Langlauf immer gebraucht hat. Es ist eine Atmosphäre hier einfach. Wir können mit diesem Wettkampf unseren Sport dem Publikum wirklich nahe bringen. In einer Region, wo ich mal von aus gehe, man in der Regel den Wintersport schwerpunktmäßig am Fernsehen verfolgt. Aber wir natürlich dadurch vielleicht auch Fans gewinnen können, die jetzt hier irgendwo begeistert sind, die den Sport gesehen haben und uns dann in der Folge des Wettkampfes oder des Winters noch weiter bei den Wettkämpfen verfolgen. Und wie schwierig das ist, Schnee in dieser Menge nach Düsseldorf ans Rheinufer zu bekommen, das wollen wir Ihnen natürlich auch verraten. Insgesamt werden 4.000 bis 5.000 Kubikmeter Schnee hierher gekarrt. Ist das sehr schwierig? Ich stelle mir das logistisch unwahrscheinlich aufwendig vor. Wir versuchen schon im Herbst Schnee auszulagern aus der Skihalle in ein Zelt, was auch gekühlt ist, um Platz in der Skihalle zu schaffen, um mehr Schnee nachzuproduzieren. Nachhaltigkeit, ganz großes Thema bei BMW. Auch für diesen Schnee gilt Nachhaltigkeit. Was passiert danach damit? Der Schnee wird zum Teil wieder abtransportiert, geht wieder in das Schneedepot, denn wir haben ja in den Weihnachtsferien auch die Schalke Arena, den großen Biathlon-Event. Und dort wird dann der Schnee auch nochmal verwendet für die Biathleten. Das ist der Materialwagen der Norweger. Wir sind hier im Sportlerdorf. In der Formel 1 würde man sagen, im Fahrerlager dieses Langlauf-Weltcups in Düsseldorf. Zum 9. Mal sind wir insgesamt zu Gast in der Rheinmetropole. 130 Sportler aus 18 Nationen sind zu Gast. Und das ist ein Blick in den deutschen Materialwagen. Bei mir ist Peter Schlickenrieder Langlauf-Legende. Das klingt uralt, gell? Das klingt uralt, aber langsam, peu à peu, muss man es fast akzeptieren. Früher war es ja tatsächlich so, Langlauf war irgendwie was für ältere Menschen. Inzwischen ist das eine Trendsportart geworden. Woran liegt das? Also gerade durch die Sprintwettbewerbe, durch den Skatingstil. Also das sind zwei Dinge, die glaube ich sehr wichtig waren. Action, Kampf Mann gegen Mann, Taktik hat Einzug gefunden in den Langlaufsport und generell mit der Technik Skating, die natürlich wirklich eine dynamische Sportart ist, wo man ja wirklich schnell unterwegs ist, die natürlich cool ausschaut und damit eigentlich auch junge Leute anzieht. Schlicki, erklär uns noch ein bisschen was zu den Skiern. Die haben sich ja auch extrem verändert in den letzten 20 Jahren. Ja, Gott sei Dank haben sie sich extrem verändert. Die wichtigste Neuerung ist eigentlich fast die Bindung. Durch dieses Zwei-Achsen-Prinzip, also mit diesem Hebel, ist man jetzt an zwei Positionen fixiert, also vorne und hier. Und dadurch steht man fast so sicher wieder auf einem Alpinski und kann eben gut runterfahren. Und vor allen Dingen auch beim Skaten dieses Ankannten gelingt einfach sehr gut. Also kleiner Einblick in die Welt des Langlaufs. Freuen wir uns auf das Wintermärchen, das du angesprochen hast, dass es vielleicht heute noch wahr wird. Ich bin mir sicher, dass das Wintermärchen wahr wird. Und ich sage, einfach machen, probieren, selber ausprobieren. Dann spürt man das Wintermärchen von alleine. Märchenhaft und hart erarbeitet war der Sieg des norwegischen Teams beim Skilanglauf-Weltcup Düsseldorf. BMW-Sportmarketingleiterin Carola Erlewein übergab die Preise. Sie waren bei der Siegerehrung hautnah dabei, natürlich auch bei den Rennen. Was verbindet BMW mit den Sportlern? Also die Leidenschaft am Sport, die war einfach zu spüren. Heute auf der Strecke, aber auch wirklich bei der Siegerehrung. Das sind Emotionen pur und das verbindet BMW und den Wintersport und Langlauf. Auch die Zielstrebigkeit, der effiziente Kräfteeinsatz, aber auch eben entsprechend diese sportliche Höchstleistung, die hier erbracht wird. Was sind denn die nächsten Highlights? Wie geht es weiter? Ja, es geht spannend weiter. Im Langlauf freuen wir uns um den Jahreswechsel, Silvesterbeginn auf die Tour des Ski. Und dann im Biathlon freuen wir uns ganz besonders auf Rupolding Mitte Januar. Und das alles können Sie natürlich auch hier sehen auf BMW TV.